Warum haben wir eigentlich den Schalter zurückgelassen? Du, weil du nicht gesagt hast, wir sollen die mitnehmen. Ich hab selber nicht dran gedacht. Wie kommen wir jetzt hier raus? Wow. Weiß ich nicht. Vielleicht mit Stufen? Warte mal. Wachspilz. Los, Pilz, werd größer und hol uns hier raus. Ich hab das blöde Gefühl, dass wir da... Glauben wir nicht, dass das was bringt. Das funktioniert nicht, Leute. Warte, ich helfe mit. Vielleicht ist er irgendwie in den... Äh. Ist hier vielleicht was? Oh. Hi. Oh, Prost. Gleich mal knabbern hier. Äh. Guck mal nichts. Hier. Hier ist was. Den ganzen Müll. Das da, das da. Das, 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 das. Das ist ein Loch in der Kiste. Guck mal. Das ist nicht super. Guck mal. Nicht mehr gucken. Ich will gucken. Ich will gucken. Ich will gucken. So. So, 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 so. Da ist was. Tada. Auf. Warte doch mal, lass mich kurz. Timing. Das bin ich doch nicht. was ist denn da oder ich weiß es nicht da ist aber auch ich sehe einen dicken hintern ja dahinter ist das loch und da ist das wahrscheinlich etwas drin ja dann dann lasst mal da ist was ja nicht erst mal auf die anderen warten auf die mädels ja aber deine liebste sind die danken aber hier ist anscheinend nichts das war ein fehler erinner mich gerade irgendwie damals habe ich ja ja auch schon mal mit seitdem gekämpft gehabt lief das quasi fast genauso ab bloß was ich halt nicht von hab sondern schauen mal da wärst du ja nicht hier ja dann wurde ich anscheinend dann in dahin gewollt eingegangen wo eben ich ja dann geholt oder gesucht habt ich kann es natürlich auch wenn du in diesem traum für dich raus du bist ja vorher gestorben jetzt geht doch mal weg da ich will da wegmachen kiste mit der druckplatte geil jemand hat looting gefunden ich bin der lootkönig so bitteschön au war nicht nett wollte ich nur mal so anmerken ich möchte nicht mit dir alleine bleiben du machst mir die angst was wieso mach ich die angst ist das nicht dass die selben ähm hilf den eik raus boxen raus bareck boxen raus nein nein wie ich raus boxen wie wärs einfach mal mit einem steinchen ähm wenn ich mich wenn ich mich von der männer die hatten das auch immer diese augen mehr also was soll das denn vielleicht weil ich mich erinnern kann wenn man die augen in diese frames setz sollte irgendwas geschehen probierst doch mal aus ob man die da rein sitzen kann ja blecky dein flabber geht ja fremd ja lass ihn doch geht töten und bringt mir auch nix ich habe noch die von der basis von unserer base war sie mitgenommen soll ich sie reinsetzen wie kommt man jetzt an die ran will ich lieber die nehmen die hier sind ja aber vielleicht brauchen wir alle ja ok ey 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 pustetyp mit dem dreizack ey puste ey kannst du mal gucken ob du die mit dem komischen wedel da umpusten kannst kann man vielleicht wenn ich vielleicht mich auch umpusten mit dem dreizack geht es doch wieder ja ist der jetzt mal ist das hast du ihn zeigst warum hat die jetzt alle so ein teil die konnte man von einsammeln was denn los kassi hier mein schatz ehm einfach einsetzen aber klong klong da fehlen aber trotzdem noch welche würde ich mal behaupten ja würde ich vielleicht mal die von die wo wir hatten da rein ähm wo du mitgenommen hast ich hab die ich hab noch eins äh hier ähm soll ich die reinsetzen die ich noch dabei hab wenn die reinpassen kein zu ich weiß nicht was passiert da einer fehlt noch zwei ich hab noch einen ich hab noch einen ich hab noch einen äh ich geh ne also scheiße ähm da ist noch einer ich äh geh nein ähm ja 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 ne 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 hier wenn das so rum ok seid ihr bereit eh nein das kann nicht ja dann mach jetzt äh oh das sieht schön aus ein loch äh ein schwarzes irgendwie wollen wir rein nein na äh äh Geil. Das ist toll. Das ist super. Lass uns einfach nur im schwarzen Ding baden hier. Hi. Voll laut. Fehlt noch der Pusteboy. Pusteboy, komm runter. Komm runter, Pusteboy. Wow. Ihr müsst währenddessen springen. Hör mich reiß. Hör mich reiß. Spring. Wer hat das gemacht? Springen, springen, los. Wo ist Sascha hin? Wo ist Sascha hin? Sascha! Sascha? Sascha? Mhm. Wo bist du hin? Ich bin... Ich kann es nicht beschreiben. Das sieht aus wie der. Hä? Wie bist du dahin? Hä? Ja, runter, Plubbelboy. Was ist da hier dran? Achtschutz. Äh. Vorsicht, Vorsicht, nicht schubsen. Äh. Von wem wurde ich denn gerade geschoben hier? Alter, ist das hell. Ist das normal, dass es so hell ist? Äh. Äh. Alter, voll die Sonne. Wo sind wir hier? Hier ist nichts. Hier? Äh. Ich hab irgendwie... Was ist das? Ich muss hin. Äh, ich muss mal eben, glaub ich, kurz in Gedanken. Äh. Ich muss mal eben... Was war das? Nein! Nein! Wer hat mich runtergeschubst? Nein! Nein! So. Besser. Einmal wenig. Äh. Da fliegt was. Sieht aus wie eine große Echse. Mit Flügeln. Finde ich gut. Äh. Gut. Hat jemand... Ich hab noch Rüstung, Aik, wenn du was brauchst. Noch? Ich hab gar nichts. Es ist alles weg bei mir. Necki, der Staubsauger klaut den Aik, die Rüstung. Nein! Nein! Aber es ist alles weg. Auch meine ganzen Goldöpfel und Tränke, die ich mir gemacht hatte. Woll. Super. Ja! Das fehlt. Das kommt auf uns zu. Äh. 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 Leute, wir sollten ja immer ein bisschen... Aufpassen, dass wir uns nicht so... Genau so! Das ist ein Vorbild. Äh. Äh. Ich glaub, die solltest du nicht angreifen. Wollen wir nicht... Besuchen, hier hoch zu gehen? Ja. Wo ist denn jetzt hier der eine hin? Ach, da hinten. Da brennt er. Wieso brennt der? Der brennt von Leiden. Au! Au! Nein! Nicht! Hä? Wo bist du? Ich bin doch hier! Aua! Hilfe! Ich geh vorne. Au! Oh! Toll. Danke! Ui. Autsch. Wir bauen uns einfach ein. Wir müssen nur eben gucken, wie sind die anderen jetzt hochgekommen. Äh? Wir haben uns hochgebaut. Oh, wow. Ja, ich hab alles bei dem stinkenden Fisch im Tempel gelassen. Ähm. Oh. Aber die sind eigentlich dann natürlich nicht sicher. Oh, ho, 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 ho. Damit sonst... Dann sind... Da oben ist eine größere Plattform. Versuch sichern hoch. Bau dich mal hoch. Ich bin ja dabei. Ich bin dabei. Ich baue mich auch gerade hoch. Ich hab hier deinen Freund gemeint. Achso. Achso. Achso, naja dann. Äh, so. Ich warte mal auf euch. Ich hab Angst. Schau's los nach oben. Äh, wo fliegst du um, du blöde? Du komisches Echsenvieh. Ja. Da vorne. Am besten diese... Diese schwarzen Dinger gar nicht an. Äh, okay. Wann die Dinger kaputt müssen? Ich glaube, die sind nicht freundlich, wenn man die anschaut. Die sehen irgendwie gut. Die haben... Die haben Persönlichkeitsstörungen. Äh, wie wollen wir denn an das fliegende Fisch da rankommen? Da sind ja wieder so, so explodiert Dinger. Wie wir bei unserer, in unserer Basis hatten. Au. Verdammt. Wissen wir die irgendwie, irgendwie... Der verbindet sich da immer mit. Vielleicht... Vielleicht müssen wir die... Du... Rasi, du hast keinen... Ich hab gar nichts dabei. Ich hab bloß mein, äh, Zauberschwert und das, was sie mir dann von gegeben haben. Au! 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 Blödes... Dämliches... Keine Ahnung, ich bin gleich tot. Wir müssen, glaub ich, diese komischen Feuer kaputt machen. Und wie sollen wir da hochkommen? Keine Ahnung. Draufbuddeln? Aber... Ich hab gar nichts dabei. Ich hab die getroffen. Äh, das ist ja zu put. Oh! Dann schieß weiter mit dem Zaubertron... Hast du Essen, hast du Essen? Äh, das ist ja jetzt zu put. Hast du Essen? Okay. Au! Au! Ah! 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 Aua! Aua! Ich hab eines kaputt gemacht! OK! Eits! Aua! Aua! Alles gut? Ja. Wie kriegt man denn hier diese komischen Dinger kaputt? Aufschlagen. Die Jungskose abschießen. Wow. Na, Mist. Ich habe einen zerstört. Soll ich irgendwas mitbringen? Ich bin ja wieder bei uns zu Hause und ich kann mich ja mit den Gedanken zu euch begeben. Pfeile. Pfeile, Blöcke und Essen. Wenn es geht. Er scheint, er scheint Leben aus den Teilen zu holen. Ah, ja. Sissi, wir haben auf diese komischen Käfige, wo noch so welche Teile drin sind, die sind komischen Feuerball. Ich versuch's mal. Ich glaube, wir kriegen den erst weg, wenn wir diese ganzen Dellen zer-sch-t haben. Da ist keiner mehr drin. Das kann gut sein. Hab jeder eins kaputt gemacht. Ich kann keine Pfeile machen. Wir haben ja keine, äh, Fehlern für das Ende der Pfeile. Und wir haben nur 17 Stück in den Kisten gehabt. Nimm mit. Nimm das mit, was du kannst, Ike. Das wird lustig. Ja. Wo sind jetzt noch welche drin? Da oben. Da sind noch einer. Da ist noch einer. Eins, zwei, drei, vier. Fünfe. Und einer ist hier in diesem komischen Gitter. Habe ich jetzt ein Endlament angeguckt? Nee. Ja. Das war nicht Gewalt. Leute, falls ihr euch kurz zurück... Nee. Falls ihr euch zurückziehen müsst. Ich habe hier was gebaut. Ich habe Pfeile. Ich habe Pfeile. Am Punkt. Ja, ich habe... Ich... 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 Denk jetzt an euch. Ich komme zu euch. Ich habe 17 Pfeile dabei. Ich hoffe, äh... Einer von euch steht sicher. Ich stehe sicher. Ja, ich stehe sicher. Ich stehe sicher. Oh. Au. Au. Au doch mal. Das ist ja auch so ein Gitterkäfig. Ab. Hallo. So, äh... Killerregel, wo bist du? Hier. Ähm, da. Und da. Danke. Ich kann den halt nicht... Ich kann halt nicht wirklich was machen gerade. Vergessen es. Der heilt sich zu schnell auf. Au. Hier, äh... Kann rein sein. Kann rein sein. Hier, äh... Blöcke, falls du dich hochbauen willst und kaputt machen. Au. Achso. Sorry. Und hier sind wir Kekse. Kekse! Kekse! Der ist nicht ganz so hoch. Da könnte ich vielleicht drauf kommen. Aber wer ist denn der? Scheint ja viel stärker zu sein als Poseidon. Poseidon hatte doch immer von einem Meister geredet. Au. Weißt du, dass es ist? Denkst du, dass es ist ja? Meister. Das könnte sein. Weil es ist... Wir kommen ja von ihm aus dort. Danke. Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Ja. Ja, nee. Du hast gewiss noch eins. Ja, ich versuch's zu treffen. Hm. Ähm, ja. Ja. Ich hab's. Aber er heilt sich noch irgendwo. Ja, ist es. Sie ist an. Ich hab's. Oh nein, da ist noch. Ich hab keine Feile mehr. Ja, warte. Ist das gut. Ich denk, man. Nichts ist falsch. Ja, warte. Ja, da, 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 da. Leggi, singst du schon? Au, 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 au. Ha, au. Ey! Hat er meine Sachen eingesammelt? Das liegt hier vorne. Ich bin eigentlich kein Drachentyp. Warum? Liebst du jetzt den? Nein, den liebe ich nicht. Der ist ein bisschen böse. Warte mal, dieser komische Kopf von dir sah doch auch aus wie ein Drache. Dürfst du vielleicht zu dem? Nein, nicht wirklich. Kommt ein Feuerball. Dann fängst du schon wieder an den Speed nachzusehen. Er scheint kein Leben zu holen. So. Komm her, du Mist. Dankeschön. Aua. Das war jetzt nicht meine Absicht. Wieso? Auf ihn. Du hast so schöne Schuppen. Wie schuppst du denn mich weg? Äh. Kann das sein, dass unsere Zauber gar keine Wirkung haben auf den? Wahrscheinlich. Ne, doch. Der macht Wirkung. Also meine machen Wirkung. Aber nur wenn er da unten ist. Achso. Au, schämt dich. Hör auf. Was? Das ist schon eine Schelle vor. Auf da. Ja. Ja, unser Fan. Was? Wir wollen deinen, wir wollen deinen. Was? Das war knapp. Ich fisch auf ihn. Er scheint. Um zu wahren. Sie wollte ihn nicht töten am Ende. Tötete sie ihn. Wow. Äh, da ist jetzt wieder dieses... Total aufgegangen. Ähm. Äh. Ah. Hihi, das ist witzig. Au, 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 au. Ja, dann ist das jetzt schon wieder. Mein Zauber war noch aktiv. Was machst du da? Bluten. Woher weißt du, wie das funktioniert? Experimentiert. In der kurzen Zeit. Naja, ausprobieren noch. So, das war's mit Atlantica. Der erste Staffel von Multiverse. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die mitgemacht haben. Ganz besonders bei Schwabbel. Und bei unserem stinkenden Fisch, bei Talga. Äh. Bei Talga. Ich hab Fischwitze gemacht. Und danke nochmal, dass du auf jeden Fall Zeit hattest, Poseidon zu spielen. Danke an euch anderen alle, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Staffel. Und hier, Schwarzer, geh mal weg. Aua. Assismus. Und... Ja, wir lassen uns überraschen, was in der zweiten Staffel alles kommt. Und Tiger ist ja dann eine der wichtigen Rollen bei uns. Bin ich das? Ja, ne, du spielst offiziell mit. Du bist fest eingeplant. Ich bin wieder ein stinkender Fisch. Nein. Du bist die Schneekatze, die auf dieser Welt schon eine Weile lebte. Wir haben dann einen neuen Gegner. Warum sagst du das? Du stinkst. Aua. Ab da. Au, au, au. Alter, du Drecksack. Daik hat Löcher gemacht. Wir sind schon wieder Löcher. Ungestorben. Das Problem ist... Au, au. Irgendwer hat mich geboxt. Ich will erst mal richtig ausrechnen. Das ist unfair. Du kämpfst mit unfairen Mitteln. Mach ich gar nicht. Kant kann irgendwer Tag machen. Ja, Moment. Echt? Du willst es im Wasser, wenn im Wasser fand ich das viel angenehmer.